Willkommen beim Spielbär-Projekt. Das Imperium ist vollzählig. Servus, Leute! Moin! Und man sieht einen nicht auf der Karte. Man sieht nichts auf der Karte. Sehr schön. Nein. Zum Glück haben wir vorher trainiert. Ja, zum Glück kennen wir uns ja aus. Darf man was im Chat schreiben? Du kannst versuchen, was im Chat zu schreiben, aber... Aber es wird nicht gehen. Der Chat ist nur lokal. Oh, hey. Ja, wieder da. Da war's an. Weiß schon, ist schon schon drauf. Aha. Ja. Ist mal unten gespawnt? Was, du bist schon ohne? Ich weiß nicht. Lucky. Ich weiß nicht, ich hab nur was gesagt. Aber kann sein. So wie's aussieht, ja. Also, XP ist sehr mau. Oh ja. Ja. Es geht. Ist die XP sooo schlimm echt jetzt? Nein. Ich bin jetzt schlimm. Okay, ähm. Boah, geil. Dann hast du gleich 150 Gewicht, ey. Das ist... Boah, ich bin... Es geht immer langsamer. Also von der... Oh, scheiße. Okay, Terezinos sind schon mal an. Ja. Ich bin genau nebenan. Terezinos ist an. Wow. Ja. Brontos auch. Bronto hab ich gew- Sagt er uns nichts. Bronto? Gab's die so im Skottschloss überhaupt? Sie haben's hier verändert. Nein. Ja, ja. Das hat mir schon, glaube ich, das verändert. Ich sehe unseren Spot, aber ich bin da oben. Ich glaube, normale Brontos gab's gar nicht. Ich sehe ihn auch. Und hier sind sogar keine Tiere. Captain Bauer? Ne. Hey, du da. Wird Captain Bauer ausgenockt. Den bring ich gleich mal mit. Die kann man nicht tame, oder? So kann ich nicht in seinem Inventar. Und die Reise sind auch an. Es ist alles an. Außer Giebers, glaube ich. Eins. Wird. Lass' den Explorer Note mitnehmen. Hier oben steht schon mal ein bisschen langsamer. Oh. Die Tragfähigkeit ist schon mal, ähm, ja, nicht so geil. Mit meiner Explorer Note, wenn ihr eine findet, die ist richtig gut. Oh ja, genau, die hab' ich hier oben, aber... Das Problem ist nur, wenn ich dann verrecke, ist die Explorer Note wieder für den Arsch. Okay. Ja, warum das? Also... Genau das meinte ich. Jetzt kommen Insekten und ich bin Insel tot. Bei mir war gar nichts. Ja. Ne, ist auch gar nichts. Ich meine, wenn du die Explorer Note aufhebst und dann verreckst, hast sie ja nicht mehr. Weil so ein CEP-Bonus genau auch wieder nicht mehr. Ja, das hat 21 Level bekommen. Jesus. Okay, ich geh mal ran. Ich bin wieder an der gleichen Stelle gespawnt, Bast. Da ist ne Barrikade. So, ich könnte ein Etals auch machen. Barrikade? Äh. Ja, da hat jemand ne Barrikade gebaut. Oh, hier ist ein Golder, ein Metallstein. Das wär halt nice, wenn ich jetzt gleich Metall mitkriege. Ich bin an einer Stelle mit Offline-Damage-Preventer. Bei uns am SWAT hat jemand gebaut. Was? Was? Bei uns am SWAT hat jemand gebaut. Der ist aber offen. Äh, okay. Also da haben mehrere gebaut, würde ich grad sagen. Also doch nicht alleine, alles klar. Egal, egal. Oder? Oder warte mal, das ist doch der Richtige, oder? Oh Gott, sag mir bitte. Ja, da haben welche gebaut, da haben welche gebaut. Ja, ja. Egal, wir ziehen's durch. Okay, ja. Ich war fast am Amtschip-Bauer, jetzt hat mich ein Kader erwischt. Wie würdest du's durchziehen? Ja, wir gucken ab wo wir bauen können, wo es nicht mehr her ist, feindliche Struktur. Ja. Animate mit Schwert. Das mit dem Offline-Protection ist halt... Äh. Brings, es sind nicht so viele aggressive Viecher. Boah! Ey, das ist cool, dann können wir jetzt runterlaufen. Nee, ich saß grad auf dem Pferd drauf. Ich hab Metall-Sachen, ich hab jemand beklaut. Was du hast mit Talzer? Ja. Was genau? Unbeschadet an die Explorer und Autos, wär cool. Ich habe eine Metall-Axt. Cool. Was ist jetzt her? Ich hab ihn beklaut. Geklaut! Den laubte einfach draußen rum und dann hab ich's mir genommen. Klar! Was man findet, darf man behalten. Ja, ich hab manche Boas nicht durch die Insekten gestorben. Hier ist ein kleines Tetsch-Haus. Ist das richtig? Wir haben doch nichts gebaut, denk ich. Oder? Nein, von uns ist es nicht. Oh, da steht irgendjemand. Das bin ich, Pole. Ich steh, okay. Äh, okay. Ich bin an Foundation's Craft. Das ist schneller XP. Oh, da ist eine Box. Die Box ist... Ah, Offline-Damage-Protektor. Ich würd trotzdem gerne ein kleines Tier jetzt mal haben, welchen Haut. Ich auch. Pole, komm! Komm! Komm mal so! Ich hab noch einen Gym-Bower, dann können wir das legen. Chattel! Ja, aber du hast XP in der Not. Du gedroppt hast. Was, wo? Du bist sie? Komm, komm, komm! Warte, ich bleibe gerade mein Türop auf dem Hang. Ich hab Öl! Wer ist wo? Der Pole war bei mir. Ach so. Pole, ich seh dich nicht mehr. Ich bin immer noch bei den Foundations. Ja, ich bin weitergerannt. Naja, ich hab schon gesehen, in welche Richtung gelockt du bist. Na gut, da ist so kleine Ruine und dort steht sie drin. Alter, das Logo ist schon mal geil für diese... ...Spiel-ICH-S-Gruppe. Chris, ich hab Metall-Sachen schon, ne? Leute, die Peitsch ist an! Ja, geil! Farmen extrem! Und wir kommen gleich zum... Die Armbrust ist an! Okay gemacht. Armbrust ist an! Das war klar. Echt jetzt? Nein, das war nicht klar. Das ist lächerlich. Narkotik, äh... Stolperfalle. Ist an. Die haben's halt noch angepasst, Alter. Kein Spot ist frei. Ist doch nicht schlimm, dass die Armbrust an ist, was ist das? Ja, es ist saugeil, Alter. Nein, das ist echt so. Warum denn? Hä? Zu Cowboy-Zeiten hatten sie safe auch eine Armbrust, weil... Hallo, sie hatten schon Pistolen, warum sollten die keine Armbrust haben? Die hat bloß keiner benutzt, weil jeder einen Revolver hatte. Ja, eben. Ist halt effektiver. Wenn ich... Wenn ich Kaktus, Saft, Futter, hab ich dann Wasser? Nein. Nein. Du musst auf, äh... Stimmt das noch mit weißen Haaren? Ja. Jep. Okay. Okay, dann muss ich mich beeilen, zum Wasser zu kommen. Oder ein Water-Käfer. Alter, die Explorer-Node, damit eskaliert man ja mal komplett, Alter. Ja, ich hab 21 Level bekommen. Wo ist'n die? Ähm... Beim Runterweg... Äh... Findest du mich noch? Right unten... Am... Wasser. Eppi... Wie groß soll die Base? Klein. Mit einer Maschine, mehr nicht. Schränke... Einmal drei. Schränke, Öfe, Auße. Denkt grad, die innere Schicht soll die Lehmschicht sind und außenrum kennen wir jo... Stein oder... Oder... Ja. Ich hätte gesagt, wir machen dann eine Steinschicht außenrum. Wir machen jetzt erstmal grundsätzlich erstmal einen kleinen Grund aus Tetsch. Damit wir schon mal anfangen können... Ein Tetsch. Ein Tetsch gleich Holz. Nein, Holz ist viel zu erdvoll. Ja... Ist wirklich so, du findest nicht viel Holz. Wer ist an der Wasserstelle? Ich. Und ne weißer Charakter. Ja. Du weise Top-Nase. Ich hab mir einen leicht gebräunten, hab ich mir gemacht. Tatsächlich, es hat jemand die Gate unten in ihn gesetzt. Ja. Da steht keine Base. Oh, ich hab neue Skins. Ja. Impey kommen wir hoch. Ich muss sagen, wie wir bauen sollen. Impey einfach da runterlatschen von der Dings dann, oder? Ja, ja. Exploranaut. Einfach da drunter. Beeil dich! Das ist so komisch, ein Base-Coach. Weil noch keine Tiere-Dosen. Nutz es aus! Ich hab halt einen Tier-Kill gemacht. Ich hab kein Problem, ich hab 115 Movement Speed, ich kann doch alles wegrennen. Ich baue den Stein doch nicht komplett ab. Ich krieg hier Metall. Ja, hier oben ist halt ein Metall-Stein. Ja, ich hab auch gerade für einen Metall-Stein gehämmert, aber da kommt nichts raus. Ich hab 40 Metall bekommen. Warum nicht komplett Abbau? Was hat das für ein Grund? Ja, Metall-Spitzer-Arkondent komplett abbauen. Kriegst du ja mehr raus? Feuer-Pfeile sind an. Ja. Schwert ist an. Ja. Äh, ja, okay. Ich kann aber wenigstens besser Viecher verprügeln. Die Assault-Reise wäre jetzt noch cool. Der Typen, der ich gerade genutzt hab, der wird sich noch wohnen dann. Wenn er überhaupt online kommt. Implantat nicht genommen. Der war online. Hast du Implantat? Äh... Ne. Warum? Ich hab den Verbrechen umzubringen. Hahahaha. Einfach nur ausrauben. Läuft! Chasen ist ein bisschen süßer. Freundliches PvP, ne? Ja eben. Er kann ihn ja nicht fragen. Emi hat gesagt, wir müssen euch ins PvP machen. Oben an der Wasserquelle, wenn du aufs Inland schaust. Also... Ja, ich bin am... Richtig Brücke. Ich bin am Wasserfall. Okay, da bist du. Du musst ähm... Richtig Brücke einfach laufen. Ah, der hat das so eingestellt, dass man immer eine Ressource und so Sachen kriegt. Ja. Mhm. Ja, ich hab jetzt auch grad voll schlecht Silke bekommen. Ist das uns? Wie, wie... Silke sind... Silke ist was? Cool, dann ist doch geil. Das sind die... Die lilanen Blume, gell? Ja, genau. Ah, danke. Aber Shadow, du musst wieder abbauen. Fuck, es sind keine Tiere. Warum? Weil... Weil Dings baut. Oder bist du durchgehend online? Ne. Ja. Ich... Ich muss bauen. Mach mal auf dem Schrank den Pin runter. Oder mache Pin nimm. Weißt du welcher Pin? Oh, Jesus. Man kann keine Pins drauf machen. Normal schon. Auf dem Schrank nicht, aber auf Türen. Du musst es einfach anlacken. So, jeder wo am Spot ist, der Schrank voll Fülle. So, ich habe 200 Rohmetall. Ich komme jetzt runter. Ich komme jetzt auch runter. Ich kann mich wieder bewegen. Ja, beeil dich. Ich brauche dich am Spot. Jo. Ich beeil dich. Im Pi war da irgendwo Wasser an der Nähe, weißt du? Natürlich ist der ohne Wasser. Ja, ja, aber oben... Oben, wenn du Glick hast, spawnen die Kälfe. Nee. Jetzt habe ich Wasser wollten, men. Wie bist du da runter gekommen? Kannst du da mal runter laufen. Da liegt jemand... Da läuft irgendjemand mit Pferding. 處理 auf, ne? Mit Pferd. Und dann habe ich geklaut. Tatsächlich? Da ist jemand mit Gaul. Wollen wir es versuchen? Rein hin unser Sau. Rapist 1 dir, Clark. Ja, das funktioniert. Ja. Versuch du erst mal mit dem Pferd einzutreffen. Ich habe gleich eine Peitsche. Ja, wie bist du equipped? Der nockt euch instant aus und sagt, Howdy-Partner. Den hab ich geklaut. So schnell nockt er ihn nicht aus. Man ist one-hit. Ferdinand ist ganz schön. Ja, ich weiß, man ist one-hit, aber treff damit erstmal ein, wenn er rumläuft. Im Pi, bist du so runter, wie ich gestern mit Jason runtersuchte? Es hat ein Ding, das hat eine gewisse Reichweite. Also so schwer ist es nicht. Es trifft sogar Gegner vor einem. Alter, der Skorpion, der mich gerade verfolgt, der war gerade voll freundlich. Ich war im Inventar, dann stand er erstmal vor mir und hat geziert und hat mich nicht angegriffen, bis ich aus dem Inventar raus bin. Der macht auch freundliches PvP. Ja, erwarten bis die Leute aktiv sind. Ich bin dann freundlich in PvP. Ich seh den Typen auf seinem Gaul. Aggressiv. Sag mir, wenn er wegreitet, bitte. Ist das sein Gaul oder versuchte er es gerade zu tamen? Das ist seins. Ist jemand von euch gerade neben dem Typen mit dem Gaul gewesen? Wenn nein... Wann schwimmen wir wohl? Wenn nein, dann sind es zwei. Okay, ich seh den Typen auf dem Gaul. Wo ist denn der? Ja, der verfolgten Spieler. Irgendwann am Wasser? Wir haben ein bisschen Leder. Nein, ich hab noch die Vierste. Also immer nicht am Wasser? Nein, die machen weg vom Wasser. Das ist gut. Oh, ich glaube, ich überlebe das hier nicht, Alter. Vorsicht, er kommt wieder zurück. Ist er noch am Wasser? Warte, der ist nicht am Wasser. Oh, da ist er, ich seh'n. Äh, die machen in Richtung Wüste gerade. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mich behindert... Der kämpft da gegen den Gaul. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Das bist mir bestimmt du, wa? Nein. Ja, wow. Oder wa? Hä? Machst du das? Ja, ich bin gerade gestorben, ja. Wow, so wie wir da runter sind, Alter, ich hab da voll viel Falschte anbekommen, auf einmal. Hat das so ein Geräusch? Ich muss ans Wasser dringen, und da vorne gammelt der Spacken mit seinem Gaul rum. Nein, ich hab ihn ein bisschen verjagt gerade. Äh, verjagt. Kommt irgendwie näher. Auch ein. Machen Pferde-Setsch kaputt? Ja. Ja, da. Okay, dann war ich ganz, ganz schnell. Ich sehe einen Spieler aus, der zu Fuß unterwegs ist, wer ist das? Ich. Also, der Gaul kommt jetzt auf mich zu gerannt. Äh, ich bin jetzt an der Brücke oberhalb des Wasserhands, wo seid ihr? Ich bin oben an meinem Berg, weißt du auch noch, wo ich gebaut hab, oder? Ja. Wo soll die Mainbase jetzt hin, weil ich glaub nicht, dass ich da jetzt was hinkrieg? Das ist, das ist ein Schrank. Steht nur ein Schrank rum. Okay, seh ich. Und dann im Schrank ist Equipment. Braucht man viel für Propelant? Ich guck mal, wo ich bauen kann. Gau doch bei mir. Ich will die Mainbase... Da, wo der Schrank steht. Die Mainbase wird aber ein bisschen größer als das bisschen. Da, wo der Schrank steht. Ja, sei ja. Ach, und das Pferd kommt, glaub ich, hoch zu euch. Ah, nee, ist weiter weg. So, wo der Schrank steht. Kannst du die Base nicht klaschen. Das ist gut, dann mach ich das mal. Haben wir eine Schale des Bolas gibt? Meines Wissens gibt's K-Po da. Okay, das ist Enemy Foundation. Ich bin sofort. Von da bis da. Gut, dann kann ich ja genau so hinmachen. Nee, aber es gibt diesen Betäubungs-Harpune. Ja, die Betäubungs-Harpune an Land. Geil. Äh, Pferd! Pferd! Wo? Links neben dir, MP! Wo dann? Es kommt hochgelaufen, es kommt hochgelaufen. Passt auf. Es kommt hochgelaufen. Ja, da ist er. Alter, ich hab jetzt gedacht, er macht was, ey. Jetzt sucht er ja seine Sacken. Beobachtet ihn, greift ihn nicht an, weil solange er uns nichts macht, haben wir keinen Grund, ihn anzugreifen, erst mal. Und wir haben vielleicht, lässt er uns dann auch in Ruhe, wenn wir ihn jetzt nicht ohne Grund angreifen. Hm. Aber nicht so groß. Nee, mach nicht so groß. Größer nicht. Oh, fuck. So bin ich schon wieder verklickt. Egal. Äh, gut. Aber das ist doch nicht groß, als ich bitte euch. Das kann nur einfach nicht inkommen. Was denn? Das ist nicht groß. Erinnert dich an unsere Base, die wir hatten, war 6x4 oder 6x3 oder irgendwie sowas war die groß. Die war wenigstens hübsch. Äh, ich tu mal Pfeile mit in den Schrank rein. Und auch ein paar Bögen. Drei Bögen und 96 Pfeile sind drin. In der Schrank oder was? In der Leiche habe ich ein bisschen Silke abgeknöpft. Ja, wir müssen jetzt alle erstmal ein bisschen Haid ranholen. Ich weiß nicht, ob wir danach gespawnt sind. Ja, der Größer ist ja schon ein Skorpion. Ich würde sagen, wir machen das gute alte Spiel. Gibt doch nur ein Chitin. Ich würde sagen, wir machen das gute alte Spiel Jäger und Sammler. Gibt ja da keine Steinstrukturen. Wer ist am Wasser? Ja. Weiblicher Charakter am Wasser. Das ist der andere Pferd. Ja, der mit dem Pferd ist der von vorhin. Aber geradeaus, wo du hier ranzst, ist einer. Soll ich mir den holen, irgendwie? Ja, er hat auf jeden Fall Wüstenrüstung akkert. Nee, der ist nackt. Okay, ähm, wenn Wüstenrüstung ist, dann müssen wir so schnell wie möglich zusammenkriechen. Hast du noch? Dass wir uns wehren können. Oh, der hat Hide und Close. Oh, ich bin wieder da. Wo seid ihr? Ah, da. Wer geht es da mit der Peitsche? Das bin ich. Ich bin an der Base. Oh, scheiße, bin ich schnell voll. Genau, wo ist er? Kannst du mir Sachen für eine Peitsche geben? Äh, das ist, glaube ich, nee. Wir brauchen 10 Hide, dann kannst du dir eine bauen. Aber wir haben aber jetzt gerade das Zeug hier da. Kannst du mir... Ah, ich kann mich wieder bewegen. Okay, passt. Hast du ein bisschen Halt? Ich hab hier... Leider nein. Okay. Oh, der hat er gut. Habt ihr auch was rein? Ah, das fährt, oder? Nee, der Geier, der Geier irgendwie. Leute, es muss aber auf jeden Fall jemand in der Nähe bleiben, ne? Chato, das ist Haus. Weil, äh... Das ist das Ding, der... Ja, ich hab Bruch. ...dass die Sachen nicht ausgeraubt werden. Ich auch. Scheiße. 72. Und ich werde dafür, dass wir jetzt gleich den Pippen... Also ich werde dafür, dass wir jetzt gleich den Pippen... Wir können da nicht helfen kommen. Ja, kennst du das. Das war kein... Das war praktisch hier schon Wasserkäfer. Na, das war kein Hit. Ich kann mal meine Metallachse wegbringen, dann helfe ich euch. Ja, du sagst aber nicht in den offenen Schrank rein, ne? Nein, ich hab doch eine eigene Kiste. Okay. MP, rennt du da unten? Nein. Kein Fußbespring. Springt er immer noch weg? Jeder von uns springt mal. Nee, der rennt halt rum im Wasser. Ja, okay, wer ist das? Farmt grad Fiber. Tebo auf der Schulter. Sieht so aus von der Entfernung. Habt doch gleich gesagt, nein. Nein. MP, töten Sie, Bewerbheit. Ich bin über der Klippe auf dir. Ja, über der Klippe von dir. Auf dir. Da ist ein Pferd. Ja, das ist der Typ. Das ist der Typ auf dem Pferd. Nein, ich bin oben. Da ist ein wildes Pferd. Temus. Ja, das ist Impi. Achso, der Temus. HAURI, PARTNER! Deiner soll alt. HAURI, PARTNER! Achja, ähm, ich mach auf die Schränke, die auf dem Gebäude stehen, mach ich, äh, oh, wir können keine Passwörter reinmachen. Echt jetzt? Nur Türe sind gesaved. Fuck off. Oh nö, der guckt mich an, der mit dem Pferd, der will ich nicht hin. Oh my God, ich will nur Wasser und der Wichser da, könnte da rum. Keine Superleidegung. Er hat ja nix gemacht, vor allem... Äh, Polnid, ja, das... Es können wir jetzt mal nett fragen, ob ich zum Wasser darf. Der kommt, der hoch! Okay, ich überleg grad, ob ich mir die Mühe machen soll und ein Diplodocus zähmen soll. Ein Wasser. Mach mal. Diplodocus. Das wär geil. Aber ich glaub nicht, dass der geht. Ich glaub, der war unat, äh, nicht tameper. Na ja, aber Passiv-Tame, das ist ja ne easy Sache, wenn man geduldig ist. Oh, ich kämpf mich grad mit dem. Nee, geht nicht. Ich komm auch, ich tu meine Web schnell, äh, einmal. Aber warte, dass es gerade das heilt. Der ist halt schwer zu töten, ne? Ah, geht, der wehrt sich halt nicht. Da ist ein Spieler, weißer Spieler. Hier ist ein wildes, äh, ein getamtes Pferd. Warte, ich versuch den mal, das ist so zu kochen. Läufst du dem grad hinterher? Ja. Ich geh auf den Stein und guck mal, wo der hehmigt. Siehst du ihn noch? Aber ich greife ihn nicht an. Äh, also Passiv, wer ist da? Ich bin das, ich bin ganz friedlich. Passiv, da ist der Typ mit dem Pferd nach. Ich weiß, ich tu denen ja nichts. Ja, ich hab grad Stress mit ihm. Warum nicht? Oh, der hat ein Pferd. Ja und? Ja und? Das ist nicht egal. Oh, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Wenn du mit dem Pferd durch bist, hat er kein Pferd mehr. Einer von euch wird verfolgt von ihm. Um Jahr an heute. Was? Jason, sei im Plantat. Der ist an der Base, der ist an der Base. Ja, wir sind ja da. Kiste kaputt, Kiste kaputt. Ja, okay. Ich greife ihn an. Jetzt, wo er es kaputt gemacht hat, das hätte keine frühe passieren. Ey, das ist doch scheiße sowas. Bisschen ist dafür safe. Ja, lass mich schnell transportieren. Guck du lieber drauf, dass der Typ nicht auftaucht. Ja, ey, ich brauche Sachen. Schau mal, ich habe hier noch Perlen und so hingelegt. Ja. Ja, das kann sein. Neben uns, der Wasserfall, sind auch welche. Das kann sein, dass der von dort ist. Du hast mir hier ein Holzgebäußer. Nein, der ist unter uns. Der ist genau unter uns. Der ist aus den Spikes, ist es. Hier steht einfach ein Pferd. Logisch, dass der uns nicht stochen will. Wenn der da unten drin wohnt. Ja, hier steht auch bei mir im Pferd, einfach so getampten Level 17. Dump von Dutch. Hm. Der Titanboar. Er hat hier auch erst angefangen. Ich brauche jemanden, der mir hilft, so schnell wie möglich ein Steingebäude zu machen. Scheißegal, ob wir da jetzt Schaden bekommen. Nur, dass wir mehr Geschütze... Ja, ich brauche halt Heid für eine Peitsche. Oh, da ist der Typ. Heid? Für eine Peitsche. Ja, das ist mir schon klar. So, dieses Viecher spawnen und ein Zinschlang und so. Ja, ich bringe ein Rad um. Schlamm, der ist umgebracht. Das ist glaube ich bei der Explorer-Naut. Ich hab Jomi gegillt. Wer? Jomi. Er sagt zu mir, was willst du, lass mich in Ruhe. Alter, besorgt schnell Heid, damit wir uns Bikes bauen können. Dann kommt er wenigstens mit seinem scheiß Pferd wieder nicht durch. Da habe ich wenigstens eine Verwandlung fürs Gebäude. Ein Door habe ich schnell gebaut, aber der Rest eben nicht. Oh scheiße, ich brauche Wasser. Oh, das Pferd blutet schon. Ich sehe es, Pferd. Ich bin hinter ihm. Nein. Wie viel Stamina haben denn die Kackviecher? Oh, ich habe ihn getroffen. Wie viel Stamina haben die Kackviecher? Genug. Ich gehe schnell wieder ans Wasser. Ich brauche ganz dringend was. Ich habe ihn auf jeden Fall gehittert. Das ist ein Pflanzenfresser, der geht nicht so schnell. Ich haut irgendjemand auf was drauf. Das bin ich. Pass auf, der Gaul ist bei dir in der Nähe. Das bin ich. Ja, der Gaul ist bei dir in der Nähe. Ja, der macht mir nichts. Ich verrate schon hinter ihm. Hinter ihm. Ich weiß ja, das ist nicht so okay. Hör mal hinter ihm. Oh, da oben steht eine große Tatch-Base. Ja, ja. Das ist halt scheiße. Auf der einen Seite ist es gut, dass keine Tiere da sind. Auf der anderen Seite ist es scheiße. Das ist auch scheiße, Alter. Ich gebe euch gleich weder. Ich habe welches. Diese Beatles sind da. Aber halt kein einziges Tier, das heute gibt. Die kommen gleich. Oh, da ist ein Insekt. Da ist ein Insekt. Okay. Wer kommt gleich? Die Viecher. Viecher, ja. So, das meinst. Er ist ein Spieler. Ah, du bist. Ich stehe doch nicht sofort jeden ab, Alter. Doch. Oh, ich habe einen Spieler. Hat leider nichts, aber das Implantat. Ja, Implantate, alles. Und sichern. Implantate habe ich aber gerade kassiert. Ja, ja. Ich habe das von Jomi. Die Frage ist. Also, ey. Ich kann nur einen Baum abfarben, dann habe ich den Ding. Was? Schon wieder was am Problem war? Weißt du, ich stand sogar noch hinter ihm. Er hat sich im Busch dann auf einmal. Er guckt mich an und legt sich im Busch. Dann schreibe ich nur so. Okay, bye, bye. Und steche ihn ab. Also, ich frage mich halt, ob es sich das Sinn macht, jetzt eine gute Base aufzubauen, oder ob es sich mehr tun, einfach so Wingman-mäßig rumzulaufen und die ganzen Leute abzufahren. Ich glaube, es ist ja bei uns. Scheiße, da kommt, da, 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 ähm. Was? Das? Ah, nee, stopp. Entschuldigung. Das war, das war ein Fehl, ein Fehl, äh, ein Fehlalarm. Ich habe gedacht, da kommt eigentlich jemand auf einem Archie. Stattdessen war das ein Ding, äh, so ein, ähm, Asker, ja. Das war ein Fehlalarm. Ich hatte mir ja schon. Kill für Heid. Nee, die Teile sind mega OP, du kannst nicht killen, ja. Wer ist gerade zum Wasserloch? Welche? Was? Ich. Springer? Okay. Du wahrscheinlich EP. Gut. Ich habe eine Haufe... Ein Spur eigentlich noch bei mir? Ja. Ich habe eine Haufe Kaktuszeug. Oh, super. Du warst da oben auf dem Hügel. Braucht man Sulfur? Firefighter. Äh, ja. Können wir die überhaupt herstellen? Ja. Ja, okay, weil bei mir hier ist Sulfur. Ja, dann nehmen wir halt mit. Gut, mit einer Steinspitzhacke kriegst du halt nicht viel raus, ne? Äh, ja. Ja, dann warts ab, bis wir eine Smitty haben und dann können wir ja weiter mal. Ähm. Ich habe jetzt mal 80 dabei. Ich brauche Silk, ich brauche Silk. Jo, ich mache die Rechten auf. Ich mache mal, äh, die ersten Stein-Sachen. Hoffentlich habe ich genug Tetsch da. Oh mein Gott. Scheiße. Hast du ihn angegriffen? Also hast du das Pferd angegriffen, Marcella? Sonst gebe ich dir jetzt ein Dings, eine Axt. Hier ist ein Bett drin, kannst du schon mal setzen hier nach der Bette. Was für ein Ding, äh, was für ein Angriff. Hast du denn, das Pferd angegriffen? Also hast du ihn schon angegriffen? Ich? Nö. Okay, dann gebe ich dir das Axt, weil dann bitte dir wahrscheinlich zu. Alter, der tut uns allen was. Er kann auch so gar nicht nur unterscheiden, wir sind alle dünn. Dich lässt dann drüber, wo du fett bist. Fett? Dich kann einer von uns unterscheiden, was? Zack. Er hat jemand zufälligheit? Das ist ein Implantatprojekt. Hier wird keiner in dem Grundlos in Ruhe lassen. So. Hm. Schick die fuck. Ähm. Hallo. Du ignorierst mich wieder. Ich bin da. Ich komme da nicht ran, ich kann mich nicht bewegen. Kannst du ein bisschen näher hauen. Danke. Ich gebe es sofort auf. Äh, ich muss nur schnell noch was leeren. Ich habe bisher noch kein Tier außer ein Bronto gesehen. Guck schon. Ich habe vorhin auch ein Bronto gesehen vor dem Tierkill. Alter, man kann eine Vorrüstung machen, what the fuck. GT habe ich auch zu viel.